Sechs Minuten, ja? Jetzt erst einmal zum Rewehr, die linke Hand, oder die rechte, genau. Ein bisschen tiefer. Schieb das Knie rein. Komm, schwimm, 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 schwimm. Für Matte 2 bitte vorbereiten. Schieb das Knie rüber, das rechte. Brandes, für Matte 2 bitte vorbereiten. Dressen, Brück und Susan Brandes. Ruhig, Tino. Ruhig, Tino. Schön unten lassen, die rechte Hand. Genau. Tino, du musst hier umgehen. Greip was, hol dir was. Und linken Hand immer höher greifen. Auf einem rollen. Ruhig, gut. Ruhig, gut. Ruhig. Ruhig, gut. Ruhig, auf. Ruhig, gut. Ruhig, gut. Ruhig. Ruhig, gut. Für Mathe 1 können Sie sich wahrmachen, weil es mit Milly wendlich bis 94,3 Kilo. Als erstes kämpft René Kölz gegen Tobias Badrommar. Schön den Fuß kontrollieren, denn rechte Hand ist wichtig. Rechtes Bein nach links, den Fuß nehmen, genau, drehen ein bisschen die Hüfte. Tino, Halbzeit. Tino! Bringt die Hand rein. Drüberfassen mit der Linken, drüberfassen, erst einmal drüberfassen. Genau. Er ist offen. Noch zwei. Noch zwei. Jawohl, Tino, noch einmal. Jetzt muss der Druck geben. Greift durch. 2016-19-26 they're not. Hm? No. Pero no. Vielen Dank.